Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet und damit ist diese Debatte geschlossen. Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? Das ist nicht der Fall und wie vereinbart verlege ich die Abstimmung an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Finanzausschusses und fahre in der Tagesordnung fort. Weitere fünf Tagesordnungspunkte kommen aus dem Finanzausschuss. Durch eine Sammelnovelle zu Steuergesetz mit dem Titel Covid-19-Steuermaßnahmengesetz wird ein ermäßigter Steuersatz von 10 Prozent für bestimmte Reparaturdienstleistungen eingeführt und die befristete Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, Hotellerie und den Kulturbereich bis Ende 2021 verlängert. Demnach ist auch für Speisen und Getränke in Restaurants, Hotelübernachtungen und Eintrittstickets weiterhin nur ein Steuersatz von 5 Prozent abzuführen.